Hallo Freunde, ich bin es mal wieder, habe mich ja lange nicht gemeldet. Ich hatte ziemlich viel zu tun. Es ist ziemlich laut hier, wundert euch vielleicht, aber letzte Nacht war kurz, deswegen lasse ich auch die Sonnenbrille auf. Denn ich bin heute Morgen früh aufgebrochen und bin jetzt unterwegs nach Damaskus. Natürlich mit dem Bus, mit dem Bus, äh mit Bus, mit dem Bus, äh mit Cadmus. Und wir haben jetzt hier an der Autobahn eine Raststätte angehalten und, äh, ja, ich sag mal Pipi-Pause. Und, äh, ich weiß noch nicht, wann es gleich wieder weiter geht, aber ihr seht, äh, ja, wir sind hier ganz normal unterwegs. Und, äh, die Leute gehen jetzt alle ganz normal ins Restaurant, was essen, was trinken. Ich werde auch noch mal gleich reingehen und gucken. Und dann, äh, ja, geht es wieder weiter. Und ich werde mich dann heute im Laufe des Tages, vielleicht heute Abend, wenn ich wieder Internet habe, dann aus Damaskus wieder bei euch melden. Also, bis dann erstmal und liebe Grüße aus Syrien. Ciao!